Das FC Pro Event ist draußen, ihr seht schon, wir können uns einfach Tiogo Jota erspielen. Sie können ja auch noch Upgrades bekommen, alles rund das Event, das erkläre ich euch heute in dem Video, um was es da genau geht, wie man diese Upgrades bekommt. Was für Spieler gekommen sind, schauen wir uns an. Bevor wir reingehen, lasst schon mal einen Daumen nach oben für das Video da an, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos hier auf keinen Fall mehr verpasst. Wir gehen direkt rein. Heute ist es gekommen, das FC Pro Event. Was ist das ganz kurz, ich erkläre an Tiogo Jota. Wir haben ihn bekommen, wir können uns das spielen, die Aufgaben schauen wir uns gleich an. Ein 86er Tiogo Jota, erstmal nichts so krass Besonderes. Aber er kann Upgrades bekommen und sogar mehrere, je nachdem, wie das Liverpool E-Sports Team abschneidet. Ja, das ist eine Promo, ein Event in Kooperation quasi mit dem E-Sport. Das heißt, ja, er vertritt das E-Sports Team. Das heißt, wenn die E-Sportler von Liverpool gut abschneiden, Wins holen, bekommt er immer plus 1 Upgrades und so weiter. Ich glaube, 5 Stück können die bekommen. Also auf jeden Fall kann er auf eine 90 kommen, wenn die dort alles rasieren. Und 90 plus sogar. Das ist richtig, richtig krass, weil hier kommt es nicht auf den Real-Life-Fußball an. Das muss man halt gucken, man kann nicht gleich sagen, ach, Liverpool, krasse Mannschaft. Man muss halt gucken, wie sind die E-Sports Teams von diesen jeweiligen Fußballmannschaften. Zum Beispiel ein FC Bayern E-Sports Team kann Kacke sein, dafür kann aber ein Schalke E-Sports Team wirklich krass sein. Das ist dann nicht wie im realen Fußball zu betrachten. Schauen wir uns direkt mal Diogo Jota an. Die Karte an sich ist echt cool. 4 Sterne, 5 Sterne, 85 Pace, 85 Schuss. 76 Pass, 86 Dribbling, 58 Death und 80 Physis. Als MS Linkerflüge und Stürmer haben wir ihn. Die Stats, wir kennen Diogo Jota, der ist richtig, richtig gut einfach. Und ja, eine 86 hat er, er kann auf 90 plus gehen, wenn er alle Upgrades dann bekommen sollte, wenn es natürlich soweit kommt. Das finde ich halt cool, dass die Upgrades bekommen können einfach. Weiterhin haben wir auch noch andere Siel bekommen. Kommen erstmal zum Jota, wir haben hier 4 Aufgaben, die wir nur machen müssen für ihn. Das ist echt nicht viel, wie ich finde. 10 Tore in Squad Battles, easy. In 3 separaten Partien in Squad Battles oder Rivals oder Champions mindestens 2 Tore in einem Spiel halt machen. Dann in Squad Battles wieder oder Rivals oder Champions 5 Tore mit einem Portugiesen vorbereiten. Und dann müssen wir 8 Wins holen, wo wir 3 Premier League Spieler in der Startelf haben. Wir bekommen immer Packs. Zuerst gibt es ein 2x80+, dann gibt es ein 2x81+, und dann gibt es ein 83+, und zum Schluss nochmal ein 2x83+. Und wenn wir alles haben, gibt es auch den Diogo Jota. Weitere Aufgaben haben wir auch noch rund um das Pro. Wir haben die Pro, Promo. Wir bekommen immer mal ein paar XP. Hier 500, da 500, hier 1500, also 2000 XP. Hier nochmal 500, nochmal 500, nochmal 500. Natürlich immer viele, viele Packs. Deswegen die Aufgaben auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Viele Packs, viele EP. Sollte man auf jeden Fall hier nicht verpassen. Soviel erstmal zum Free-Content, der gekommen ist. Natürlich haben wir auch wieder was bei den SBCs hier bekommen. Das müssen wir uns erstmal hier schön raussuchen. Die sind nämlich immer ein bisschen weit hinten, die Spiele, die dann immer neu kommen. Oder haben wir überhaupt? Ja, hier haben wir ihn doch. Lozano, den können wir uns hier abschließen. SBC, 4 Sterne, 3 Sterne hat er für einen neuen Space. 82 Schuss, 80 Pass, 7, 8 Stripling, 9, 4 Steff, 72 Physis. Und hier kommt es auch wieder darauf an, wie das E-Sports-Team von Eindhoven abschneidet. Er mit nochmal, sagen wir mal, plus 3 Upgrade auf eine 90. Das wäre eine Hammer, Hammer, geisteskrank, gute Karte, Freunde. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal ein Video hochlade, wo ich euch zeige, was hier die besten oder die beste SBC-Lösung ist. Wir müssen auf jeden Fall mehr abgeben. Zwei Stück sind es. Ein 83er und ein 84er Team. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kommt da nochmal ein Video zu. Aber ich denke mal, das ist relativ einfach. 84er, 83er Team, halt eine Inform beim 84er Team. Und 86er rated einer in den 83er Team. Hier haben wir auch nochmal das aktuelle Team. Der Beste ist Sadio Mane. Natürlich jetzt gar nicht mal so schwer mehr zu linken. Finde ich die Arabische Liga geht absolut fit. Dann haben wir mal Villian. Ich dachte, der war weg. Jungs, wer kennt noch Villian? Das ist eigentlich ein richtig guter Spieler. Auch hier 90 Pace, 91 Dribbling, Brasilianer, Premier League. Richtig nice. Colomuani bringen die einfach. Wenn wir gerade parallel Mbappé im Team of 3 haben. Die sind doch geisteskrank. Wer auch richtig gut ist, ist Ogbona. Haben wahrscheinlich nicht so viele auf dem Schirm. Mit 80 Pace. Ein richtig guter IV. Koulibaly ist auch gekommen. Tavar, auch er. Das sieht auch sehr aus dem deutschen Trikot einfach an. Ihr seht ihn gerade gar nicht so ganz. Ist ja unter meiner Facecam. Und hier unter meiner Facecam haben wir Fabinho. Fabinho, sogar zwei aus der Saudi-League direkt. Drei mit Koulibaly. Locatelli haben wir. Dele Alli. Wir haben Phillips, der auch interessant aussieht. Karamoa. Wir haben Cavalero. Wir haben Markengo. Der mein Team rein muss noch. Wir haben Daniel Marlen und Simakhan. Simakhan, der schwächste an sich vom Rating. Aber sehr interessant. Franzose. IV. Bundesliga. 81 Pace. Man muss hier natürlich immer schauen. Deswegen finde ich ihn auch so interessant. Wie gut sind diese E-Sport-Mannschaften wirklich? Und wir wissen. Also Al-Nasa E-Sport-Mannschaft. Keine Ahnung. E-Sport-Mannschaft von Fulham. Keine Ahnung, ob die überhaupt eine haben. Paris kann mithalten. West Ham weiß ich nicht. Ali Lall weiß ich auch nicht. Also ich habe eigentlich. Wo ich sagen kann. Wer natürlich gut ist. Ist City. Die sind gut dabei. Paris sind auf jeden Fall gut dabei. Dortmund. Die sind gut dabei. Und RB Leipzig. Ist natürlich absoluter Favorit mit Umut. Mit dem amtierenden Weltmeister. Ne, nicht mehr amtierender Weltmeister. Aber amtierender. Letzter deutscher Weltmeister. Und die haben noch anders. Werjang. Die haben jetzt den von Prostock geholt. Den Levi. Die haben ein richtig geiles. Wenn nicht sogar das beste E-Sport-Team der Welt. Deswegen finde ich Simakhan sehr interessant. Weil er wird mindestens plus 1, plus 2 Upgrade bekommen. Mindestens. Und mit einer 85, 86 sieht er richtig stabil aus. Deswegen. In den könnte man wirklich. Finde ich gut und gerne investieren. Weil es auf jeden Fall. Die Topmannschaft. Überhaupt. Auf der ganzen Welt. Was den E-Sport angeht. Das muss man da auf jeden Fall noch bedenken. Und da hat der am meisten mit Upgrade-Chancen finde ich. Soviel dazu Freunde. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns sehr bald zurück. Hier auf meinem Kanal. Zu irgendeinem neuen Video. Bis dann rein. Aber nicht ins Gesicht. Denn das tut weh. Und dann sehen wir uns sehr bald wieder.